Heute zeige ich dir ein Trainingspack, wie du den Ground Dribble trainieren kannst und in wenigen Stunden lernst. Den Code findest du in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Trainieren. Beim ersten Schuss versuchst du den Ball mittig zu treffen und anschließend mit etwas Boosten daher zu dribbeln. Versuch dabei wirklich die Mitte der Hitbox zu treffen, damit sich dein Auto danach nicht unkontrolliert dreht. Wenn du das einigermaßen gut kannst, versuche beim zweiten Schuss den Ball nach dem Auffallen der Mitte zu treffen und danach mit Boost den Ball ins Tor zu kontrollieren. Bei der dritten Übung ist alles außer der Distanz gleich. Versuche den Ball schön mittig zu treffen und anschließend den Ball ins Tor zu dribbeln. Die vierte Übung ist sehr schwer. Der Ball breit ziemlich hoch ab. Versuch dabei die Höhe abzuschätzen, den Ball richtig mittig zu treffen und den Ball ins Tor zu dribbeln. Wie man bekanntlich sagt, Übung macht den Meister. Ihr müsst euch wirklich viel Zeit lassen und das Ganze trainieren, dann kriegt ihr das schon hin. Viel Spaß!